Hallo und herzlich willkommen hier zum allerersten Yuka Video auf meinem Kanal. Ich habe den jetzt, den Yuka, ausgeliefert bekommen aus dem Kickstarter Programm und ich zeige euch einmal, was alles im Lieferumfang dabei ist. Wir schauen uns die Einrichtung an der ersten Fläche, wie man die Wege programmiert. Ich gebe Tipps zur RTK Antenne und vieles mehr. Wir schauen uns genauso auch an, wie mäht er im Gegensatz zum Luba und ja, seid gespannt, bleibt dran, los geht's. Die Verpackung vom Yuka ähnelt ganz klar dem Luba und er kommt halt wirklich sehr, sehr gut verpackt zu euch nach Hause und ich habe den jetzt vier Wochen später als die erste Luftfracht bekommen, weil ich halt, wie gesagt, die Normalversandoption gewählt habe. Hier mal ganz kurz zur Info. Den Yuka und auch damals den Luba habe ich als mit einer der ersten über Kickstarter bezogen, das heißt ein Crowdfunding, wo ihr dementsprechend noch vor Start der Produktion in eine Idee oder in ein Produkt investieren könnt. Mehr dazu kommt vielleicht mal, wenn euch das interessiert, in einem separaten Video. Ja, auf der MyMotion-Seite, da muss man wirklich sagen, ist jetzt schon sehr viel sehr professioneller geworden seit dem letzten Jahr. Also auch hier alles in deutscher Sprache. Da möchte ich euch auch nochmal drauf hinweisen, das könnt ihr euch gerne dann mal anschauen. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen über den Yuka und die Links findet ihr, wie gesagt, in der Videobeschreibung und über diese Links könnt ihr auch gerne bestellen, wenn ihr meine Arbeit über den Yuka unterstützen möchtet. Ich habe den Yuka hauptsächlich ja auch gekauft, weil mich diese Option des Laubsammelns gereizt hat und der Laubfangkorb ist noch nicht im Lieferumfang mit dabei gewesen. Der wird noch nachgeschickt und das wird dann als nächstes Video natürlich kommen. Der Yuka ist dementsprechend sehr gut verpackt. Wir haben sehr viel Zubehör dabei, das heißt einmal ein kleines Handbuch, die Kabel für die RTK-Antenne und die Ladestation und unter dem großen Styropordeckel ist dann auch gleich der Yuka sichtbar. Ihr braucht ihn auch einfach nur leicht rausheben, das ist wirklich ganz gut. Dieser Yuka lässt sich sehr gut anfassen. Einmal hinten hat er auch einen Griff und so könnt ihr ihn ganz leicht rausheben. Einmal die Folie ab und schon ist das Ganze ausgepackt. Unten sind die Messerteller nochmal mit Schaumstoff versehen, die bitte nicht vergessen rauszunehmen. In der Oberschale befindet sich dann die RTK-Antenne und das Gestänge für die RTK-Antenne, die ihr dann überall positionieren könnt und auch einmal Ersatzmesser und die kleine Antenne und ein Ersatzschlüssel. Schraubendreher auf einer Seite mit Torx und einmal mit Kreuzschlitz ist auch im Lieferumfang dabei. Die zwei Teile der Ladestation werden nur zusammengeklickt und verschraubt und auch dann ist diese Ladestation schon sofort einsatzbereit. Es fällt auch sofort auf, dass diese Ladestation anders ist als die vom Luba und zwar, dass der Yuka hier vorwärts einparkt. Das heißt, er hat ja hinten noch optional einen Fangkorb, den ich aber erst im Herbst zugeschickt bekomme. Der kommt also etwas später und der Yuka parkt halt vorne ein und hat halt diese Ladestifte, die dann in den Yuka dementsprechend einrasten. Auch das Design vom Schlüssel hat sich geändert. Der wird jetzt hier oben in der Start- oder in der Stopp-Taste eingesteckt und wir haben hier dann auch die Bedienungstasten oben direkt drauf und den Regensensor seht ihr auch. Und seitlich gibt es noch eine LED-Beleuchtung auf beiden Seiten, die dann anzeigen, dass er zum Beispiel gerade lädt oder irgendwelche anderen Aktivitäten hat, dass er mäht oder dementsprechend stoppt. Also das seht ihr hier in diesem Design ganz gut mit eingearbeitet. Die Höhenverstellung ist beim Yuka nur manuell, also nicht elektrisch, nicht über die App einstellbar. Ihr müsst diese Höhe bis 90 mm beim Rasen, die Schnitthöhe manuell einstellen und 20 mm ist die tiefste Stelle. Also nur das muss man wissen. Wie gesagt, ich kann die einmal einstellen, aber ich kann sie nicht unterwegs von dem Handy aus nochmal verstellen. Das geht nur manuell. Hier haben wir den Anschluss dann für den Fangkorb. Ja, da bin ich mal gespannt, wenn das Ganze kommt, wie gut das funktioniert. Was auch neu ist, ist die Kamera für die Rückfahrt. Das heißt, die etwas leicht nach oben gerichtete Kamera. Die wird sicherlich auch für den Fangkorb gebraucht. Und vorne haben wir die normale 3D Vision von MAMOTION. Hier aber mit einem Scheibenwischer und die beiden Räder, die dann doch etwas anders geformt sind oder auch größer sind als die vom Luba. Ein Blick nach unten zeigt, dass wir hier auch andere Teller haben. Einmal etwas kleinere Teller als beim Luba und nur mit drei Klingen versehen. Und auch der Seitenschutz hat sich geändert. Die bestehen nämlich nur noch aus zwei Metallstangen und decken nicht mehr so viel ab wie beim Luba. Also das hat man auch geändert. Ist aber halt sehr, sehr gut gelöst, finde ich. So, dass man halt dann da nicht irgendwo auffährt an der Seite. Finde ich ganz gut gemacht. Ja, das war ja beim Luba immer das Problem, dass sich dann doch zu viel Rasen gesammelt hat. Was aber auch auffällt, dass der Seitenrand relativ breit ist. Das heißt, wir kommen hier schon über 10 mm zur Kante. Das heißt, ihr braucht dann schon Kantensteine, wenn ihr wirklich eine saubere Kante mähen wollt. Müsst ihr ein bisschen über die Rasenfläche natürlich drüber fahren können. Ja, ansonsten hilft da natürlich nur ein Kantenschneider. Also bis zum Randmähen tut der Yuka nicht. Das vordere Rad ist jetzt hier mittig, wie wir es von vielen anderen Herstellern auch kennen. Also wir haben hier kein Eilrad. Dieses Rad ist gummiert, dreht sich in alle Richtungen. Und hier unten befindet sich das Fach für die SIM-Karte. Das heißt, für alle, die, sag ich mal, ein großes Grundstück haben, kein WLAN vor Ort haben, aber trotzdem auf den Yuka zugreifen wollen von unterwegs, die benötigen hier eine SIM-Karte. Also so sieht das Ganze von unten aus. Also stylisch finde ich den schon. Ist also sehr, sehr gut gelungen. Ich habe ihn dann einfach in die Ladestation reingestellt und zeige euch jetzt einmal, wie ihr den Yuka dann gleich mit der RTK-Antenne verbindet. Erstmal müsst ihr in diese App rein, wenn ihr schon registriert seid, einfach noch auf Geräte hinzufügen und wählt dann das dementsprechende Modell aus. Wer noch keinen Account bei MyMotion hat, muss dann erst mal einen Account anlegen. Ihr bekommt dann eine E-Mail mit einem Code und müsst ihr dann dementsprechend euch dann registrieren. Hier einfach den Yuka auswählen und starten. Und das ganze Smartphone verbindet sich dann mit dem Yuka und er wird dann eurem Account hinzugefügt. Da wären wir dann auch schon mal beim Diebstahlschutz. Nur ein Yuka oder ein Mehr bei MyMotion, der in einem Account angelegt ist, kann auch nur mit diesem Account bedient werden. Nur wenn man ihn aus dem Account entfernt, ist er verkäuflich und kann einem neuen Account hinzugefügt werden. In der Verbindung möchte der Yuka dann entweder eine SIM-Karte oder mit dem WLAN verbunden werden. Und das macht ihr dann, indem ihr einfach euer WLAN-Passwort dann dementsprechend eingebt. Wichtig ist, dieses WLAN wird für Updates verwendet und braucht ihr für die Fernwartung oder Fernbedienung. Sonst wird das WLAN nicht benötigt. Ihr könnt das Update natürlich auch im Haus machen. Mir wurde auch gleich ein Update angezeigt. Also oben hier seht ihr Firmware-Version. Bitte aktualisieren. Auch da einfach nur drauf tippen und dann wird das über das WLAN oder wenn ihr eine Datensim eingelegt habt, dann über das Internet, über die SIM-Karte vollzogen. Er lädt das Ganze runter. Der Yuka startet danach neu und ihr habt die neueste Firmware drauf. Achtet da bitte drauf, wenn was Neues kommt, die auch aktuell zu halten, weil gerade jetzt, wo der Yuka neu ist, werden sehr viele Fehler, die vielleicht auftauchen, auch noch zeitnah abgedatet. In der Regel ist die RTK-Antenne schon dem Yuka zugewiesen. Ich möchte aber meine RTK-Antenne vom Luba jetzt mitnutzen. Das heißt, beide Geräte über eine RTK-Antenne verbinden. Und hierfür müsst ihr die Seriennummer oder die RTK-Kopplungscode eingeben. Diesen findet ihr immer auf der RTK-Antenne selber und wenn ihr das dann macht, dann verbindet sich der Yuka oder der Luba dementsprechend mit der RTK-Antenne und ihr könnt halt auch mehrere Geräte dann über eine RTK-Antenne steuern. Das heißt, ich wollte jetzt nicht die zweite RTK-Antenne anbringen, sondern nutze die von meinem Luba 2. Luba 1 ist nicht kompatibel, die alte RTK-Antenne muss separat nur für den Luba 1 eingerichtet werden. Da meine Ladestation unter einem Baum positioniert ist, muss ich den Yuka erstmal rausfahren, dass er sich natürlich dann auch mit der Antenne verbindet und auch dementsprechend einen GPS-Empfang bekommt. Um die Positionierung der Ladestation festzulegen, fahrt ihr den Yuka wie gesagt einmal raus und dann fahrt ihr den Yuka wieder in die Ladestation einfach rein. Also das ist eigentlich relativ einfach, also dementsprechend von Hand steuern. Dafür müsst ihr halt mit dem Bluetooth verbunden sein und fahrt so ein bisschen auf die freie Fläche, dass er die Positionierung der RTK-Antenne richtig bekommt und danach fahrt ihr ihn einfach wieder rein. Das heißt, hier oben an der Anzeige seht ihr, wenn er jetzt die RTK-Antenne halt auch die Position richtig hat, also der Luba die Position hat und dann steuert ihr ihn einmal in die Ladestation, dann am besten nochmal rausfahren und dann lasst ihr ihn dann dementsprechend selbst nochmal vor der Ladestation wieder reinfahren. Ich habe jetzt hier schon eine kleine Fläche angelegt gehabt und habe dann auch nochmal getestet, ob er diese Ladestation immer wieder findet und dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Also wie gesagt, testet das einmal aus, stellt ihn kurz vor die Ladestation und lasst ihn nochmal reinfahren, weil das findet ihr dann per Infrarot und so wird dann die Ladestation positioniert. Auch hier nochmal sei gesagt, wenn ihr die Ladestation verstellt, das könnt ihr jederzeit machen, die könnt ihr immer wieder neu anlernen, nur die RTK-Antenne. Wenn ihr die verstellt, müsst ihr alle Flächen neu einrichten, das geht dann halt nicht. Also wie gesagt, Ladestation könnt ihr jederzeit verändern, könnt ihr woanders hinstellen, nur die RTK-Antenne, die muss an der Position bleiben. Wenn ihr die verstellt, müsst ihr alle Flächen neu einrichten, weil das ist ein Referenzpunkt. Dann wollen wir mal die erste Fläche einrichten und ich zeige euch, wie das funktioniert und was ihr da vielleicht auch beachten solltet oder wie meine Erfahrungen sind. Hierfür wählt ihr in der App einmal die Kartenoption unten aus und dann geht ein Menü auf, wo ihr dann dementsprechend auf dem grünen Feld Einstellungen wählen könnt und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel einen neuen Bereich hinzufügen. Dieses wird halt auch in einer kleinen Videobeschreibung nochmal gezeigt, was ihr da machen müsst. Wir wählen das jetzt aus, fahren auf unsere Fläche und wenn ihr dann an eurem Startpunkt angelangt seid, dann geht ihr einfach unten auf diesen Pfeil, auf den Startpunkt und auf die Starttaste und dann beginnt das ganze Einrichten der ersten Fläche. Damit steuert ihr jetzt dann euren Yuka oder auch Luba, euren Meer quasi um die Fläche, die ihr einrichten wollt und bleibt ein bisschen in der Nähe, also nicht zu weit weg. Also er muss halt schon den Bluetooth-Empfang zum Yuka haben und ihr lauft einfach daneben her und schaut, dass ihr das richtig einrichtet. Ungefähr so, ich sage mal, 5 cm vom Rand reicht in der Regel vollkommen aus. Ihr könnt auch nochmal die Geschwindigkeit einstellen, also die manuelle Steuerung. Da bitte darauf achten, dass ihr nicht zu schnell fahrt. Also wenn ihr langsamer fahrt, habt ihr etwas genauere Daten. Also wählt die Geschwindigkeit so, dass ihr halt auch den Yuka gut steuern und präzise steuern könnt, gerade so um Kurven. Also lauft dann einfach langsam um eure Fläche herum und fahrt dann wirklich einfach alles genau ab. Ihr könnt auch Änderungen später vornehmen, wenn ihr feststellt, dass vielleicht an einer Kurve oder an einem Teilstück das Ganze nicht so richtig gut funktioniert, habt ihr die Möglichkeit, das auch später zu ändern. Auch diese Option habe ich mal in früheren Luba-Videos gezeigt. Schaut euch die auch gerne nochmal an. Wenn ihr noch Fragen dann auch irgendwie jetzt zum Yuka habt, schreibt das einfach in die Kommentare. Ich beantworte natürlich gerne alle Fragen. Und wenn ihr noch Themen habt, die ihr zum Yuka sehen wollt, schreibt das auch bitte rein. Mache ich natürlich gerne noch weitere Videos, wenn dann noch irgendwelche Fragen offen sind. Also lasst euch wirklich Zeit. Beim Einrichten fahrt eure Strecke gut ab. Ich kann auch hier nur empfehlen, dass ihr schon ein bisschen Randsteine vielleicht legt oder dass ihr ein bisschen über den Rand fahrt. Das müsst ihr nicht so oft mit einem Kantentrimmer um eure Fläche. Wenn ihr in eine weitere Fläche, wenn ihr noch eine Fläche habt, so wie jetzt hier bei mir eine Fläche daneben noch ist, fahrt in die andere Fläche mit rein und so überlappt es euch das Ganze und ihr habt einen sauberen Übergang von euren Mähflächen. Also nicht an die andere Mähfläche ranfahren, sondern fahrt wirklich in die andere Mähfläche mit rein und so habt ihr halt wirklich den Vorteil, dass das Ganze halt sauberer wird. Lasst euch da Zeit und vor allen Dingen beim ersten Mähen erstmal die Kante beobachten, dass ihr als erstes die Kante mäht. Schaut euch das an, ob das alles hinkommt. Notfalls die Fläche nochmal neu einrichten oder ausbessern. Das müsst ihr natürlich ausprobieren. Was auch hilft, wenn ihr mal Empfangsprobleme habt bei großen Laubbäumen, das Ganze im Herbst oder im Frühjahr, wenn noch keine Blätter an den Bäumen sind, das Ganze einzurichten, ja, dann hat der Yuka erstmal den richtigen Empfang und wenn dann nachher Blätter den ganzen Empfang etwas stören, stört den Yuka das eigentlich kaum noch, weil das Ganze dann über die Kamera ausgeglichen wird. Also falls ihr da irgendwie Probleme habt an manchen Ecken, weil zu viel Blattwerk da ist, dann das Ganze dementsprechend, ja, im Frühjahr oder im Herbst. So fahrt ihr einmal um eure Fläche rum. So, dass ihr dann wieder bei eurem Startpunkt ankommt und sobald ihr den Startpunkt erreicht habt, ja, wird euch angezeigt, dass die Fläche fertig eingerichtet ist und ihr könnt jetzt weitere Optionen wählen oder halt dementsprechend mit dem Mähen anfangen. Ich habe ja auf dieser Rasenfläche noch eine Blumeninsel und auch die müssen wir natürlich dementsprechend einrichten. Dafür geht ihr dann wieder auf die Karte und wählt die Option No-Go-Zone ein. Bitte bei der No-Go-Zone auch, ja, Klettergerüste, ein Pool, bitte alles mit einrichten. Auch wenn ihr irgendwie eine längere Zeit irgendwas auf der Rasenfläche feststehen habt, richtet das als No-Go-Zone ein. Auch Bäume würde ich häufig als No-Go-Zone einrichten und nicht den Yuka drumherum fahren lassen, weil dann wird das Ganze viel besser berechnet und der Yuka kann softwaretechnisch viel besser vorhersehen, wo er, wie er mähen soll. Hierfür fahrt ihr dann einfach an eure No-Go-Zone dran, startet das Ganze wieder und lauft einmal um eure No-Go-Zone herum und dementsprechend wird das Ganze eingerichtet. Also auch das ist relativ schnell gemacht. Ihr seht, ich fahre komischerweise immer gegen den Uhrzeigersinn. Das habe ich halt von Anfang an so gemacht. Ihr könnt das, glaube ich, aber auch mit dem Uhrzeigersinn machen, aber ich habe mir angewöhnt, meine ganzen Flächen immer gegen den Uhrzeigersinn einzurichten. Und schon kann das erste Mähen beginnen. Also die No-Go-Zone wird dann immer so als gelber Punkt gezeigt. Die Einrichtung oder die Mäheinstellung zeige ich euch jetzt auch nochmal. Wenn ihr dann auf das Mähsymbol geht, habt ihr ja die Möglichkeit, einmal das automatische Flächensystem zu wählen. Ihr könnt halt Gras sammeln noch anwählen. Das geht natürlich dann erst, wenn wir auch den Fangkorb haben. Ihr habt die Möglichkeit, natürlich eure Frequenzen für das tägliche, wöchentliche oder ein festgelegtes Datum anzulegen. Ja, probiert es einfach mal aus. Der Wegabstand ist halt die Breite der Bahnen. Also auch da könnt ihr das Ganze gerne mal immer ein bisschen variieren. Umso sauberer wird euer Schnitt. Wenn ihr immer dieselbe Bahn fahrt, dann ist das nicht immer so optimal. Also variiert da ein bisschen. Und dementsprechend Bypass-Strategie bedeutet natürlich keine Berührung. Er umfährt Hindernisse. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sehr hohes Gras habt, dann fahrt ruhig mit langsamem Touch oder mit voller Berührung. Ansonsten stellt ihr noch ein, wie oft ihr eure Umrandung fahren sollt und eure No-Go-Zone. Und wie ihr das vom Luba schon kennt, wird dementsprechend diese vorgefertigte Karte angezeigt, sodass ihr sehen könnt, wie er dementsprechend jetzt seine Mählinien und seine Strategie fährt. Der erste Test war sehr, sehr positiv. Ihr seht auch hier jetzt mal ein paar Bilder, wie er wendet, weil er hat ja jetzt kein Allrad, sondern nur vorne das eine Rad. Und er kann aber auch sehr, sehr schön wendig das Ganze machen. Das kennt ihr auch schon von anderen Robotern vielleicht. Also durch diese Art der Konstruktion ist er natürlich schon sehr, sehr wendig und auch sehr rasenschonend. Nachteil ist natürlich bei Unebenheiten wie Schlaglöcher, wenn ihr mal irgendwie Maulwurfs oder sehr unebenes Gelände habt, dann dementsprechend, ja, schwieriger. Was mich sehr überrascht hat, das seht ihr ja jetzt auch hier, der Schnitt ist sehr, sehr sauber, aber der Yuka ist auch sehr, sehr leise. Also der Luba ist etwas lauter durch seine Messerteller, der Yuka ist sehr, sehr leise. Auch gleich beim ersten Schnitt habe ich natürlich wieder mein Standard-Hindernisherz dem Yuka als Hindernis hingelegt und auch das wurde sofort erkannt. Also auch hier das 3D-Vision funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe festgestellt, dass es natürlich immer noch nicht bei allen Größen und bei jedem Hindernis perfekt funktioniert, aber man muss sagen, die 3D-Vision-Variante, ja, die läuft schon sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt schon mal beim 3D-Vision sind, ihr könnt auch, ja, auf eurer App die Live-Ansicht der Kamera euch anschauen. Also da kann man draufklicken und dann seht ihr automatisch das Live-Bild. Auch die Rückkamera könnt ihr auswählen, also den Blick zum Himmel könnt ihr euch einsehen lassen. Die Qualität der Kamera ist jetzt nicht perfekt, es ist kein Full-HD, also es reicht aber einfach zu erkennen, was der Yuka gerade macht. Und auch den Scheibenwischer könnt ihr über diese Ansicht auslösen. Also wenn ihr seht, da es regnet vielleicht ein bisschen oder es ist verschmutzt, könnt ihr dementsprechend den Scheibenwischer auslösen. Bei Regen fährt der Yuka ja sowieso wieder rein, deswegen ist da eigentlich der Scheibenwischer gar nicht mal so relevant. Aber ihr seht, so fährt das Ganze dementsprechend seine Bahnen. Ich habe dann den Luba als Referenz auch nochmal rausgeholt und ich zeige euch mal hier die Unterschiede oder ein paar Bilder, wie die beiden beim Mähen oder beim Wenden sich verhalten. Wir schauen uns jetzt mal den Wendekreis an, das Wendemanöver und hier könnt ihr schön sehen, dass es sich sehr, sehr ähnelt. Natürlich haben wir beim Luba mit dem Allrad vorne die Omni-Wheels, die aber auch seitlich sicher wegrollen und wir haben das Dreirad beim Yuka, aber so beim Wendekreis ist es doch sehr, sehr ähnlich. Natürlich ist beim Yuka das Problem, wenn mal ein Schlagloch oder irgendein Erdloch ist, dass dementsprechend das Vorderrad sich da vielleicht verhaken kann. Hatte ich bislang aber noch nicht. Aber ansonsten fahren die beiden so ihre Bahn. Der Luba hat eine etwas breitere Schnittfläche durch die beiden anderen Scheiben, aber sonst funktioniert das schon sehr, sehr gut. Auch hier nochmal eine Drohnenaufnahme, eine Draufsicht. Da könnt ihr das auch nochmal schön sehen, wie dann der Yuka und der Luba diese Strecke mähen und wie sie sich wenden und das funktioniert wirklich bei beiden sehr, sehr gut. Beim Yuka muss ich sagen, dass der so wendig ist. Also ich finde die Steuerung sogar besser als bei meinem damaligen Robomo. Ich finde, der hier ist wirklich sehr smooth von der Lenkung und das funktioniert wirklich sehr, sehr schön. Bei der Schnittbreite habe ich ja schon gesagt, dass der Luba da etwas breiter ist und mit vier Messern oder wenn ich jetzt meine Performance Teller mit zehn Messern drunter lege, dann dementsprechend ja noch ein bisschen besser mäht. Aber ich muss sagen, der Yuka macht hier wirklich eine sehr, sehr tolle Arbeit und ihr könnt das Ganze jetzt mal von außen sehen. Auch danach zur Garage fahren hat tadellos funktioniert, auch bei meinem ersten Test. Ich hatte gar keine Probleme, irgendwie, dass er die Garage nicht findet, dass er irgendwo hängen geblieben ist. Irgendwelche anderen Probleme hatte ich null. Ich hatte keine Empfangsprobleme. Er hat die erste Fläche super gemäht und ist dann automatisch in seine Ladestation gefahren. Ich war natürlich auch gespannt, wie das Dreirad dann auch mit einer Steigung zurechtkommt und auch das habe ich für euch mal getestet und so können wir uns das Ganze mal anschauen. Ganz einfach ist natürlich das Mähen in Längsrichtung, das heißt die Steigung rauf und runter. Er hat ja gar keine Probleme bereitet, so wie ihr das hier seht. Also er fährt einfach rauf und runter und dieser kleine Hügel ist schon ein bisschen steil. Wie gut das natürlich dann auch mit einem Fangkorb funktioniert, muss ich dann sehen, wenn ich den bekomme. Aber ihr seht, gar kein Problem für den Yuka hier rauf zu kommen. Auch die Haftung, der Rasen war hier jetzt ein bisschen feucht, war wirklich gut. Also auch da gar keine Probleme oder hat sich mal festgefahren oder ist irgendwie dementsprechend von der Bahn gekommen. Das ist natürlich jetzt auch super einfach, wenn ihr längst den Berg rauf und runter fahrt, ist das eigentlich auch kein Problem. Problematisch wird sie eigentlich eher, wenn ihr quer mäht, also wenn ihr mal eure Mährichtung anders einstellen wollt. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie gut funktioniert das, wenn vorne das flexible Rad ist und das Ganze vielleicht abrutschen kann. Aber auch das hat der Yuka wirklich gut gemeistert. Also ich denke mal, der Motor arbeitet dann dementsprechend dagegen. Wenn der Motor natürlich mehr ausfällt, wenn der Yuka abschaltet, dann würde er natürlich einmal, ja vielleicht, sich dann dementsprechend den Berg hinunter bewegen. Aber so habe ich keine Probleme gehabt. Also der Yuka hat halt dementsprechend alles gemäht. Die Steigung beim Yuka ist ja nicht ganz so hoch wie jetzt beim Luba. Der Luba kann ja wirklich sehr, sehr starke Steigungen fahren, dadurch, dass er Allrad hat. Beim Yuka haben wir natürlich auch noch Probleme, wenn jetzt noch hinten der große Fangkorb dran ist. Erstmal ist es noch ein Gewicht und wenn ihr jetzt sehr starke Steigungen habt mit dem Knick nach oben, dann würde ja der Fangkorb hinten ja aufsetzen. Ich bin mal gespannt, wie gut das dann funktioniert. Und ja, ich werde natürlich das dann auch dementsprechend alles weiter testen. Aber wie ihr hier sehen könnt, hat der Yuka das schon ganz gut gemacht. Beim Drohnenblick von oben kann man schon sehen, dass er ein bisschen zu kämpfen hat. Wenn wir jetzt wirklich einen steilen Berg haben und er jetzt quer mähen soll, also mäht er vielleicht jetzt nicht im 90 Grad Winkel zu eurer Steigung, mäht vielleicht ein bisschen, ja 45 Grad. So dementsprechend wird das vielleicht noch ein bisschen besser. Aber ihr seht, er kämpft schon ein bisschen, dass er vorne nicht runterrutscht. Aber er rutscht nicht runter. Das muss ich halt dementsprechend sagen. Das hat er wirklich schon gut gemacht. Und ihr seht auch mit dem Wenden, auch das funktioniert wunderbar an der Steigung. Also auch da keine Probleme. Also wer Steigung in seinem Garten hat, kann auch hier auf den Yuka zählen. Ich will euch jetzt auch nochmal zeigen, wie ihr eine Route einrichtet. Also die Wege zu den einzelnen Flächen. Ihr habt ja gesehen, dass ich hier jetzt eine kleine Fläche mit der Steigung eingerichtet habe. Und ihr fahrt dann immer von der neuen Fläche in die vorhandenen Flächen, die ihr schon vorher eingerichtet habt. Also immer rückwärts. Ihr wählt halt einfach die Option Route einrichten aus und steuert den Yuka dann dementsprechend euren Pfad, den ihr gerne hättet, über eure Rasenfläche oder über euren Weg. Ihr könnt halt auch über Wege steuern, wenn ihr jetzt mal über Pflasterweg, über den Hof müsst. Auch das könnt ihr alles einrichten. Die RTK Antenne hat ja eine Reichweite bis zu drei Kilometer soll sie haben. Und da sollte das wohl kein Problem sein. Also hier fahre ich jetzt einfach den direkten Weg zu meiner ersten Fläche, die ich angelegt habe. Und dementsprechend wird das Ganze dann auch gezeigt, wenn ihr da angekommen seid. Drückt auf Fertig und eure Route wird dann dementsprechend abgespeichert. Was nicht funktioniert, ist eine Route zu einer Route. Ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Ich mache mal eine kleine Fläche fertig. Ich zeige auch gleich mal, warum ich hier nochmal eine Fläche mache. Und wenn ihr von dieser Fläche jetzt eine Route wählen wollt, dann müsst ihr diese Route zu einer weiteren Fläche machen. Also ihr könnt nicht diese Route zu einer Route machen, dass er da so eine Kreuzung baut, sondern ihr müsst wirklich die Route ja dementsprechend zur Fläche einprogrammieren. Und hier habe ich jetzt meine kleine quadratische Fläche einfach um meine Rasenkunst gemacht. Und zwar, dass ich halt mein Herz einfach mal trimmen kann. Weil es gibt noch keine Option, dass man das Herz dann in einer anderen Größe nochmal oder Höhe mähen kann. Ich lasse jetzt hier einfach den Yuga mit 9 cm einmal drüber mähen und schon sieht halt auch mein Herz frisch gemäht aus. Und aus dem Grund habe ich hier jetzt einfach mal diese kleine zweite Fläche nochmal gemacht. Der Luba mäht quasi das Herz und der Yuga drumherum. Auch der Yuga hat ja diese Option, diese Rasenkunst. Ihr habt also wirklich hier Möglichkeiten, Schriftzüge, Herzen, Hashtags, irgendwelche anderen Formen in euren Rasen rein zu mähen. Gerade so im Frühjahr, wenn vielleicht die Blumen blühen. Ja, wenn ihr dann ein bisschen was machen wollt für die Bienen, könnt ihr halt da ein bisschen Rasenkunst stehen lassen. Auch das schaut euch mal in meinem vorigen Video an. Da habe ich mal ein Video dazu gemacht, wie ihr das Ganze einrichtet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Einblick zum Yuga. Und ich konnte euch einmal schon mal zeigen, was der Yuga jetzt schon kann, wie die Einrichtung funktioniert. Vielleicht ist es ja was für euch. In der Videobeschreibung findet ihr wie immer alle Links. Wenn ihr also einen Yuga kaufen möchtet, könnt ihr mich damit unterstützen, wenn ihr über diesen Link den Yuga bestellen wollt. Ansonsten wartet ab. Es kommen noch einige Videos. Schreibt es wie gesagt in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Und vor allen Dingen, wenn der Fangkorb kommt, werde ich das natürlich auch für euch testen. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.